Das Kakaoaroma besteht aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Komponenten und das Interessante dabei ist, dass es keine einzige Verbindung gibt, die per se nach Kakao riecht, sondern es ist vielmehr das Zusammenspiel der Moleküle, die das Kakaoaroma ausmachen. Mit dem Aromakit kann man an den einzelnen Geruchsreferenzen schmücken, sich zuerst einmal selber bewusst werden, was man wahrnimmt, das versuchen mit eigenen Worten zu beschreiben und mit Hilfe des Buckels, die genau alle einzelnen Aromastoffe beschrieben sind, abgleichen und trainieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017